ja da bin ich wieder so lange bin ja mein mikro kommen das tut mir leid dann über lp mega mein x8 pack 5 glaube ich ja natürlich hat von ich habe mir gerade noch park 4 angeguckt um ich habe keine ahnung ich wollte es einfach mit meinen eigenen augen noch mal sehen und was du machst mir schaden mal dabei macht mir keinen schaden ja das so was selten dem ich nicht passiert im spiel so wir gehen jetzt hier mit dir hier herunter ach ich muss hier runter so du kannst mich mal ja das ding schön auf walten so jetzt hier lang wollte sagen wird ganz ganz weg du warst jetzt eigentlich nicht mehr hat die dinger könnte man eigentlich auch alle einsamen dafür müsste man aber dafür müsste man hier sohn ich weiß nicht so ein dinge namen womit man auf daumen laufen kann so wie möglich wie geht das denn jetzt mal so vorsichtig so wenn ich dem was jetzt nicht schaffen wird wahrscheinlich nur ein kurzer part naja dass sie sein welt von kraft gibt eine enorme angriffskraft besitzt achte darauf dass er euch nicht in einen nahkampf zu tun soll ich nicht im nahkampf wickelt ja da bin ich dem was jetzt nicht schaffen dann dann weiß er nicht weil sie auch nicht was mir los ist ich müsste jetzt eigentlich locker schaffen mit dem ding wir sind es bis zu seiner höheren phase auf jeden fall wie besteht eigentlich nur aus einem normalen angriff mehr oder weniger werde schon sehen so kommen wir ja jetzt kommt ein big brawl boah guckt euch an wie viel schmerzen schaden wir übernehmen machen du bist du denn wir haben jetzt sogar außen sind sogar ausgeglichen wie geil ich wusste gar nicht ob man den angriff ausreichen kann da guck so blöd hat na 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 ich hab ihn ehrlich gesagt noch nie mit dem roboter� die ver practice seine angriff als er diese rote aber ne task braun direkt aus dem roboter ist mir noch nie passiert noch pled waren die fliege zu erst mein meer habe aber so weit von coault rver butterfly den grünen rotierer radio dann dort zu bekommen noch immer man die dinger von zero ausspricht ich habe keine ahnung dem stiefel und irgendwas anderes haben wir haben eine level geschafft ist das nicht schön so die meiste zeit werde ich jetzt bis jetzt zum channel neue chips ansprechen was haben wir bekommen ja selber können wäre es noch nicht so waffen waren jeder eingesteckt geschahen reduziert die waffenenergie statt der lebensenergie wie geil ist das denn aber jetzt auch situations oder wir wollen jetzt erstmal mehr leben für ex mehr leben für zero und mehr leben verhältst du jetzt haben wir noch 625 wir haben noch ganz unsere heil dinger verbraucht egal wir brauchen nur einen neuen versuch schick kaufen ich dachte wir müssen dann einfach 300 kaufen habe ich mich probiert so was können wir uns doch kaufen das wird ein sehr kurzer part habe ich das gefühl aber naja obwohl neben er fällt dann noch mal ein wollen ich glaube es geht noch nicht so holen wir uns hier noch was schneller und habe ich für ihn war für ihn noch schneller ohne so dann guck mal mal noch passiert er ist echt notgeil darauf andere zu drücken so aha ich kann wieder hier zurück dann ist ja perfekt dann gehen wir mal mit ich weiß gar nicht muss ich mit ich glaube ich gehe mal mit ex und mit mit zero genau dann gehen wir noch mal schnell in die level und stauben da noch ein paar sachen ab die war im ersten anlauf nicht holen konnten jetzt bestand erst mal die vielen apd war bekommen haben die werden uns sehr nützlich sein wenn ich hier schon als besser als so eine ganz kurze episode zu machen finde ich episode wo ich auch in den uhr shoppen das haulen weil ich weiß jetzt hier noch ein paar bestecke sachen holt ein paar metall gesammelt und so weiter und so fort die werde ich auch brauchen aber und erholt erholt sich jetzt voll schnell ab den roten strichen zweck gegangen also schnell weggegangen sondern dass postküchte kommt jetzt nicht ganz auch gut ok wir unten waren jetzt meine doch dann gehen wir weiter verdammt tief wieder regnet es heute schon wieder ein grund warum wir schon hier hingehen sollten was über die f1 sind hoch genug spinnt das kannst du erreichen habe ich schon naja das ist doch schon mal gelohnt ja da konnten wir freundlich erreichen wir noch vorher excel zu diesem exakt nachher hätte man vielleicht ex gebrauchen können aber das auch einfach mal einfach so und 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 so hat nicht gut sagt auch nicht voll was über man können aus ich könnte mal eine neue waffe zeigen da kommen wir nicht hoch das sieht dann so aus dass durch bricht sofort abwehr also sollte man den anderen vielleicht durch einsetzen deswegen bin ich auch noch gekommen was du hast voraus gesehen hat ich so dicke fehlen würde das ist geil so wenn ich sicher welche exakte durchs exakte booster kriegt man das ist aber es ist das rote ok ich sag mir doch nicht das ist richtig geil unsere normalen schüsse jetzt schon geben normalen basta aufgeladenen wenn wir jetzt hier auf voll aufladen dann machen wir schon den ganz wenn wir jetzt ganz aufladen dann machen wir haben ich habe hiermit geht auch jetzt können wir sogar unsere spezialattacken aufladen das sieht dann so aus da war so zu diesem zeitpunkt ist jetzt über vor Ort würde ich sagen das ist man kann immer nur ein teil von jeder art haben später kann man noch anders farbige rüstungsteil bekommen genau wie sagt man noch blaue und mal gucken mal gucken möchte ich tragen und der meiste zeit wenn natürlich auch alles zeigen euch alles hier demonstrieren sollte ja schon ja was sehen das spiel macht eigentlich richtig spaß kann ich immer wieder spielen das ist ein gutes zeichen hier war auch noch was da war wie man da hinkommt und behauptet weiß ich nicht vielleicht fällt mir irgendwann mal ein vielleicht sagt es mir auch jemand da kann auch sein nein so kommen von der zeit gut hin da ging was müssen wir nicht kämpfen das ist gut das ist lecker das schmeckt gut ja schön wie soll ich noch ein bisschen einkaufen jetzt gleich aber gucken so cool ja für dieses speedruns so wir haben schon direkt zwei teile und 70 prozent abgeschossen der letzte teil ist wahrscheinlich in dieser einen tür beinhaltet aber wenn wir sagen was haben wir gefunden hm hm auch ich bin nicht hm 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 nicht so gut wird uns nicht reservenergie jetzt auf der zahl dieser objekte eine barriere die dich noch einmal schützt da wüsste ich wie man sogar an weites dinge ankommen das ist in dieser raketenanlage da haben wir das lassen wir erstmal ich würde sagen ich bin den park wieder hier jetzt in der level rein zu gehen bringt es nicht wir sehen uns dann im nächsten part würde ich sagen hat einen schönen tag schöne nacht war ich wiedersehen end und out jetzt werde ich